Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technik-Helden-Video hier auf dem Konrad-YouTube-Kanal. Heute dreht sich bei uns einmal alles um das Thema Weihnachtsbeleuchtung. Was gibt es da alles so für Möglichkeiten? Wie kann man sich da das Leben auch ein bisschen einfacher machen? Und kann man das nicht auch ein bisschen smarter machen? Das klären wir jetzt. Also, bleibt dran! Wir befinden uns bereits mitten in der Adventszeit. Und das bedeutet natürlich für viele Deko, Weihnachtszeug, Lichter. Es ist die Zeit der Lichter. Und passend dazu haben mir die Jungs und Mädels von Konrad wieder ein größeres Paket zugeschickt. Und da drinnen waren jetzt unterschiedliche Produkte. Zum einen mehrere Lichterketten, aber auch diverse Steckdosen. Und wir haben ja bereits hier aus früheren Videos diverse Sensoren und andere smarte Produkte. Und wir geben euch jetzt erstmal einen Überblick. Bei den Lichterketten kommt es darauf an, wo man die einsetzen möchte. Denn es gibt Lichterketten, die sind nur für drinnen geeignet. Es gibt aber auch Lichterketten, die eignen sich für draußen. Und da dann drauf achten, wenn man dann Außendekoration macht, da dann auch entsprechende Lichterketten benutzen oder Produkte benutzen, die auch für draußen geeignet sind. Denn es kann jederzeit mal schneien, es kann jederzeit mal regnen. Und da, wo Wasser, da wo Feuchtigkeit ist, beim Strom bitte aufpassen. Andersrum ist es natürlich schön, man kann problemlos Produkte für draußen auch drinnen einsetzen. Die haben dann vielleicht den Nachteil, die sehen hier und da nicht ganz so schön aus, weil die natürlich etwas robuster sein müssen. Bei den Lichterketten gibt es jetzt natürlich auch noch die Frage, wie werden die mit Strom versorgt. Da gibt es natürlich haufenweise Produkte mit Stecker, also die kommen in die Steckdose. Aber es gibt auch Lichterketten, die werden mit Batterien versorgt. Da kommen dann ganz normale A-Batterien ein oder halt dann Akkus. Die haben den Vorteil, die kann ich auch an möglichst komplizierte Stellen positionieren, beziehungsweise auch an Stellen, wo ich keine Steckdose habe, wo ich vielleicht kein Verlängerungskabel hinpacken möchte. Habe aber den Nachteil, naja, hier und da muss ich dann immer mal Akkus oder Batterien wechseln. Und dann stellt sich noch die Frage, wie werden diese Lichterketten gesteuert, beziehungsweise ein- und ausgeschaltet. Die überwiegende Mehrzahl davon hat einfach einen Stecker, der kommt in die Steckdose, dann geht das Licht an und um sie wieder auszuschalten, muss ich den Stecker wieder aus der Steckdose rausziehen. Einige wenige haben noch einen An- und Ausschalter an der Lichterkette. Das kann ein bisschen komfortabler sein, da muss man nicht immer bis zur Steckdose krabbeln. Und dann gibt es auch noch welche, die haben eine Taste mit eingebautem Timer. Die schalten sich dann nach einer gewissen Zeit auch wieder von selber aus. Gerade bei den Batteriebetriebenen, je nach Positionierung, kann das auch vom Vorteil sein. Aber wir wollen jetzt gerade bei der Steuerung die Frage beantworten, das muss doch auch einfacher gehen. Und natürlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist natürlich sowas altbekanntes wie eine Zeitschaltuhr oder eine Steckdose, wo eine Zeitschaltuhr mit dran ist oder ein Timer dran ist. Und da gibt es haufenweise, da gibt es ganz einfache, ich sage jetzt einfach mal analoge, die funktionieren dann mechanisch, wo ich dann die Uhrzeiten einschalten kann oder die Zeitabstände einstellen kann, wann Strom fließen soll oder Strom nicht fließen soll. Die gibt es auch mit digital, dann gibt es die mit unterschiedlichen Programmierungen, dann kann ich mehrere Zeiten einstellen und, und, und. Da gibt es wirklich diverse Möglichkeiten. Etwas komfortabler gibt es dann aber auch die Möglichkeit, mit Funksteckdosen zu arbeiten. Da bekomme ich dann zusätzlich noch eine Fernbedienung. Auch hier wieder der Hinweis, das eignet sich wieder für Stellen, wo man nicht unbedingt einfach dran kommt oder wenn man individueller reagieren möchte, als immer den Timer von der Steckdose ändern möchte. Da kann ich dann einfach auf die Fernbedienung drücken und von der Couch oder von sonst wo das Ganze steuern. Ist schon deutlich komfortabler, aber dann steht man da heutzutage und muss wieder die Fernbedienung suchen. Man hat wieder eine Fernbedienung rumfliegen und man denkt sich, gibt es das nicht auch in Smart? Kann man das nicht von seinem Smartphone steuern? Und ja, gibt es. Man kann natürlich für diese ganzen Lichterketten auch einfach zu smarten Steckdosen greifen, die dann eine App-Anbindung haben, die sich vielleicht über Bluetooth steuern lassen, die sich dann in die diversen Smart Home Systeme integrieren lassen. Und dann habe ich ganz gemütlich vom Tablet oder von meinem Smartphone die Möglichkeit, auch meine Weihnachtsbeleuchtung, die Lichterketten ein- und auszuschalten. Und nicht nur das, je nachdem, auf was ich da für ein System setze, kann ich da auch wieder Timer setzen. Ich kann es nach dem Sonnenuntergang einrichten lassen oder ich steuere das Ganze mit den digitalen Assistenten, also mit diesen smarten Lautsprechern, rufe das dann auf Zuruf und wenn ich dann mehrere smarte Steckdosen habe, kann ich natürlich auch verschiedene Szenarien machen. Dann kann ich sagen, nur der Baum wird eingeschaltet oder nur die Fensterdekoration, nur draußen wird eingeschaltet oder was weiß ich, nur die Lichter im Westflügel sollen jetzt leuchten. Das ist natürlich jetzt sehr schön und deutlich komfortabler, aber es ist immer noch an dem Punkt, dass ich selber aktiv werden muss, wie auch immer mit welchem Befehl, um meine Lichter ein- oder auszuschalten. Und jetzt kommen wir zu den Sensoren, denn wir können natürlich noch mal was draufsetzen in unserem ganzen Smart-Home-Szenario. Wir hatten hier schon diverse Sensoren, wie zum Beispiel Tür- und Fenstersensoren und die könnte ich jetzt natürlich dazu benutzen, um sie mit diesen smarten Steckdosen zu kombinieren, um dann Szenarien zu haben, wenn jemand nach Hause kommt oder wenn zum Beispiel nur eine Tür geöffnet wird und wenn dann die Tür, sage ich jetzt mal, zum Wohnzimmer aufgemacht wird, dann soll auch im Wohnzimmer die Weihnachtsdekoration angehen, dann soll der Baum leuchten und solche Sachen oder dann geht hier und da die Lichterkette an. Das kann man alles machen. Man könnte es natürlich auch umgekehrt denken, wenn man das Haus verlässt oder rausgeht und dann eine Tür bewegt wird, dann soll diese ganze Dekoration ausgehen. Das ist natürlich ein schöner erster Schritt. Dann haben wir in dem nächsten Schritt aber noch die Sache, wenn man nicht wirklich überall Türen und Fenster hat, es gibt ja auch noch andere Sensoren. Ja, gibt es. Ganz normale Bewegungssensoren, die gibt es auch in Smart. Und wenn ich die dann mit diesen smarten Steckdosen dann wieder kombiniere, dann kann ich natürlich auch mit einer Bewegung vor so einem oder im Bereich eines Bewegungsmelder diese Steckdosen aktivieren. Und dann kann ich sagen, dann soll genau da im Flur jetzt die Weihnachtsbeleuchtung angehen oder da, wenn sich draußen jemand dann bewegt, nur dann soll auch draußen die Weihnachtsbeleuchtung leuchten, damit dann jemand auch da was von hat. Da gibt es natürlich dann unterschiedlichste Szenarien. Oder wir hatten hier vor einiger Zeit, das fällt mir jetzt ein, auch mal ein Lichtsensor. Da könnte man dann sagen, unabhängig von der Zeit oder unabhängig vom Sonnenuntergang, dann, wenn es wirklich an dieser Stelle dunkel ist, wo der Sensor ist, dann soll halt die Weihnachtsdekoration erst eingeschaltet werden. Da gibt es so ganz viele Szenarien. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Möglichkeiten hat man, um seine Weihnachtsdekoration smart homefähig und auch smart zu machen. Uh, und dann noch ein letzter Gedanke. Wir hatten ja hier bereits diverse Produkte zur smarten Beleuchtung. Auch sowas kann man natürlich dann benutzen. Oder auch Produkte, auf die man gar nicht so kommt. Wie zum Beispiel hier Philips Hue Light Stripes, also diese Lichterbänder. Auch sowas kann man dann natürlich auch als Weihnachtsbeleuchtung oder Dekoration benutzen. Ich will jetzt nicht sagen, wie ich jetzt einfach plump in den Weihnachtsbaum hängen. Aber wenn man das machen möchte, kann man sowas natürlich auch als Weihnachtsdekoration benutzen. Und hat dann natürlich noch mal den Vorteil, wenn diese Dinger dann auch noch farblich anpassbar sind, da kann ich dann unterschiedlichste Dekorationsmuster machen. Dann habe ich nicht nur diese Standard-Weihnachtsbeleuchtung, die man immer hat in weiß oder warmweiß oder in einer kompletten bunten Farbe, sondern ich kann es ünni machen, passend zur Weihnachtskugelfarbe des diesen Jahres oder sowas. Da gibt es dann auch sehr viele Möglichkeiten, wie man seine sonstige, sage ich jetzt mal, smarte Homebeleuchtung auch auf Weihnachten trimmen kann, wie man das Ganze abstimmen kann. Dass man da vielleicht noch auf Ideen kommt, welche anderen Produkte man jetzt auch noch für die Weihnachtszeit zweckentfremden kann. Und jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von den Ideen? Fällt euch vielleicht noch eine coole Idee ein, wie man seine Weihnachtsbeleuchtung, seine Weihnachtsdeko noch smarter machen kann? Noch Vorschläge, auf die wir jetzt hier nicht gekommen sind? Gerne her damit! Schreibt das unten in die Kommentare. Und wie immer gilt, mehr Informationen zu den ganzen gezeigten Produkten gibt es unten in der Videobeschreibung und auf der Konrad-Homepage. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen, das ganze Konrad-Technik-Helden-Team, wünscht euch eine schöne Weihnachtszeit, frohe Festtage, genießt die Zeit und vergesst es nicht, abonniert uns, gebt einen Daumen rauf und das Wichtigste, wenn ihr auch beim nächsten Technik-Helden-Video wieder mit dabei seid. Macht es gut und tschüss! Bis zum nächsten Mal.